Hallo hier Leute, willkommen zurück zu Metal Gear Solid 2. Hier geht es nicht weiter. Äh. Wirklich Snake, ne? Das ist manchmal echt schlimm mit dir. Oh, Bandagen, sehr gut. Ja, das ist manchmal ganz schlimm. Ist das ein anderer Gegner? Der ist auf einer anderen Ebene. Vielen Dank. Ich sehe ihn halt nicht mal. Stehenbleiben, Kumpel. Ah ja, Narrations, sehr gut. Ja gut, ich glaube, wir sind hier aber falsch. Wir müssen ja weiter nach unten. Geht nicht. Ah, ich kann sogar rollen. Wie geil ist das denn? Kann ich irgendwo mal den Leben heißen? Nein. Jetzt gerade nicht. Aber gut, es ist ja noch relativ voll. Ganz oft habe ich mich jetzt ja auch noch erwischen lassen. Hallo. Ja, manchmal ist es halt ein bisschen doof, wenn du... Deswegen muss man eigentlich meistens tatsächlich in die First Person gehen. Jetzt kommst du hier nicht weit. Also dann schießt du halt oft daneben. Muss halt lieber so machen. Anstatt so. Dann siehst du ja nicht, wo du hinziehst. Also du weißt, in welche Richtung, aber du weißt nicht, ob du ihn triffst. Stun-Gun. Ah, Stun-Grenade. Ich glaube, der halb-Gitner-Schutz-Tortaten-Vorüber-geht-mit-der-Viehreck-ziehen-und-zum-werf-werfen-Taste-los-lassen. Okay. Okay, ich glaube, wir sind mal richtig. Ist Raven nicht irgendwie aus dem ersten Teil? Der Name kommt mir bekannt vor. Da. Hi. Achso, okay, mehr nicht. Nee, das ist klar. Aber jetzt habe ich ihn getötet, ne? Egal. Macht nichts. Wir werden so oder so viele Leute umbringen. Aber ja, so kann man die Stealth killen. Wenn man es, glaube ich, langsamer macht, dann legt man sie noch schlafen. Oder macht es auf meine Art und Weise und tötet sie einfach. Ist meiner Meinung nach ein bisschen einfacher. Da. Da. Wo ist da einer? Da ist ein Licht. Ah, der ist unter uns. Okay. Ja, da. Ich sehe ihn schon. Der ist aber ein bisschen böse da. In seiner Ecke. Ja, das ist aber. So. Okay, es hat funktioniert. Okay. sehr gut brauche ich und ich verschieße ja oft wie man weiß Warte mal, Ration voll Füllt aufgebauten Lebensanträge auf, wenn Ration gefüllt wird zum X Ah, man muss es im Menü benutzen Okay Boah Ist der unter uns? Ja, ist er Oder über uns, kann auch sein Ja, da ist er Ist er nicht um, oder bleibt er jetzt da? Ah Ich wollte nicht umnieten, egal, hat funktioniert Aber das ist laut, das hören Leute Irgendwas könnte ich das mit Analog Stick nicht bewegen, aber ich habe ihn eigentlich gar nicht bewegt Aber egal, hat niemand gehört Aber das ist halt, aber das passiert im Spiel, glaube ich Ja, das Menü pausiert sehr gut Das ist wichtig Weil ich jetzt nämlich mal meine Waffe wechseln muss Oder dass er die Waffe vielleicht auch weglegen muss, weil ich einfach jemanden Stealth killen kann Und übrigens mit dem Freeze, das ist anscheinend nur bei manchen Gegnern kann man das wirklich benutzen Manche Gegner ignorieren es auch einfach Kinder Grenade Ich gehe einfach mal davon aus, das tötet die Leute Ja, zum Halten Die Ecke drücken Zum Werfen, Taste loslassen Je länger die Taste drücken, desto mehr weiter werfen sie Alles klar Ja, werde ich irgendwann auch in die Praxis umsetzen Ich bin unter enemy Feuer, secure die Perineter Was? Was? Okay, da läuft eine bestimmte Zeit, aber wir warten das jetzt einfach mal Ich habe keine Ahnung, was das soll Ich habe, niemand hat uns noch gesehen, oder? Und vor allem, der war doch gar nicht unter beschossen Oh, wieder ein interessanter Poster hier Alles übrigens sehr japanisch, ne? Ich finde, das ist eigentlich ein Fingeschwit Was? 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 Snake, da ist ein anderes Set of Infrared Sensors in place Wenn du das touchest, die Explosiven werden werden Und die船 wird pulverisiert Ich bin nicht in der mood, um zu essen mit den Fischen Aber es gibt zu viele Sensors Es sieht, dass ich noch einen Weg finde. Keine Worte, da ist ein Weg durch Geh' einen nahen Blick Du siehst, die Sache mit den Blinken-Grenn-Light direkt neben den Explosiven? Das ist die Kontrolle für die Sensors Destroy that and the sensors stop functioning You can't get in close enough to touch it So you'll have to shoot it out But the M9's knockout rounds won't work The USP you picked up should do the trick Use that gun Okay Na, warte, falsch das Ding Na, warte So Ah, das ist ein bisschen blöde Perspektive Das klingt richtig Marizona Bridge Gibt es da alles nur Deko? Gibt es da alles nur Deko? Das hat mich aber ganz schön erschreckt gerade Das hat mich aber ganz schön erschreckt gerade Was? Da war Oh, ah Das Kommen ist gar nicht einfacher, damit er mit einem... Was? Hilfe von hinten! Dadurch gehen sie mit einem Schuss down. Das ist lieber die Waffe. Hallo? Treff ihn doch! Snake! Alter, endlich! Mein Gott! Return to your positions. Ich warte es wieder ab. Boah, die haben uns ganz schön Schaden gemacht. Ach vor allem, was hat mich gesehen? War da irgendwas auf dem Boden? Ich habe nicht mehr bemerkt, was wir überhaupt falsch gemacht haben. Nein. Nein, mit dem ist halt das Combat einfacher, weil es sie halt instant ausknockt. In USP-Bullets, da muss man halt ein bisschen schießen. Ach, im nächsten Raum geht es sowieso weg, hoch. Ja, super. Ich dachte, auf dem Boden ist irgendwas Schlechtes. Nur USP-Bullets. Oh, ja, sehr gut. Ja, damit. Yeah, großartig. Oh, ja. ITCHES Kornal, wir haben die Sternhatsch geschlossen. Alles klar. Der Lift ist auch unter unseren Kontrollen. Wir sind auf der Vorderseite. Wir sind zu den Hohen. Herr, der Marine Commander hat bereits angefangen. Wir werden die Präparation vor dem Ende des Präparation. Alle kommunikationen zu den Hohen wurden veröffentlicht. Keine Ahnung von unseren Präsenz. Keine Ahnung von den Hohen, bis wir rauskommen sind. Ja, Herr. Wir werden Ihren Präparation mit unseren Leben, wenn notwendig. Es gibt noch eine andere Sache. Ja, Herr. Meine Frau, halten Sie sicher. Ja, Herr. Halten Sie sicher, da sind Sie mit ihm aufgehört. Hmm, rüber! Ja, Herr. Ja, Herr. Ja! Ja... Ja... Ja! Scheiß Rohre Ah, okay, man durft da nicht lang Who goes there? Oh, Schalaschaska Why are you here? We thought you were with the Colonel What the The Colonel will be joining you soon, comrade Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected We've already passed the Verrazano Bridge All right, we'll use another recovery point They may be planning to change course What? The exits to the deck are all sealed What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe The men down here are definitely Marines If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over I'm not interested in fighting these guys The weapons won't do me much good here Can you see Metal Gear? No I'll have to go around to the bow They have some serious defenses here I doubt the recent rivals want to blast their way through the Marines either Wonder where they're headed I don't know Not the beach, that's for sure Okay, Snake Let's go over this one more time Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials We need four shots Metal Gear from the front Front right And front left And a close-up of the Marine Corps marking Marking? There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear Just let someone try explaining away a clear shot of that All right There's actually one little thing Just spit it out I'm used to things going wrong It looks like someone's monitoring our transmission Who? I don't have a clue All they're doing is watching It would creep me out less if they tried to interfere with our communications Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now What I want to do is use a different method for sending these photos just in case Instead of using the codec? Exactly There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into US military's proprietary network Managed to get into that workstation and overrode a part of the system software so I could remote install a little app I wrote Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button The app will automatically launch and download the image data from the camera Split the files and encrypt them individually The data packets can then masquerade as... Okay, okay So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way And one more thing The Commandant's already begun his speech But you need to get the pictures before he's done talking Otherwise they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech I'd say you have seven more minutes Longer if he throws in a joke or two A seven-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked Okay, okay, but first the photos Alright, we'll deal with the rest when we get there Stay low Oh, God, okay, man hat jetzt wirklich nur sieben Minuten Okay, dann würde ich sagen, wir enden wir Mache ich hier im nächsten paar Mal bei Metal Gear Solid 2 Und bis dann, ciao!